Ein herzliches Bonjour nach Berlin. Ulrich Schulte von der Taz. Grüß Sie. Guten Tag, Herr Kulle. Also heute werden wir es wohl erfahren, ob der italienische Staatspräsident grünes Licht gibt für diesen Kandidaten und für diese Regierung. Sieht wohl so aus, oder? Aber nach was sieht es aus, ist die große Frage. Ja, das ist in der Tat die große Frage. Also, dass der Staatspräsident heute nochmal seinen Platz hergibt, wird erwartet. Das ist ja eher ein formaler Akt, dass er die Regierung in Gang setzen muss. Und was dann wirklich kommt, das weiß, glaube ich, im Moment keiner so genau. Giuseppe Conte ist der große Unbekannte, ein Rechtsprofessor, 54 Jahre alt, mit keiner politischen Erfahrung. Hier betritt also ein Neuling die Bühne und hinter ihm, das wurde ja gerade in dem Beitrag schon gesagt, sitzen zwei Schattenmänner, die dann wahrscheinlich die Strippen ziehen. Der Chef der Lega, Salvini, und der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, die Mayo. Ja, und es geht um höhere Schulden letzten Endes, obwohl man schon hochverschuldet ist, und um weniger EU und weniger Flüchtlinge und dergleichen. Werden da Macron und Merkel, um mal gleich das Rad ein bisschen weiter zu drehen, jetzt kaltgestellt aus Rom? Das könnte in der Tat passieren. Also die Reformvorschläge, die Herr Macron vorgelegt hat, die gehen ja in Richtung einer weiteren Vertiefung der EU. Es geht um gemeinsame Wirtschaftspolitik, um gemeinsame Steuerpolitik. Er stellt sich einen nationalen, einen europäischen Finanzminister vor, der ein Budget verwalten soll. Und da sind Macron und Merkel sich auch nicht an allen Stellen einig. Also Merkel ist ja klar gegen ein gemeinsames Budget, weil sie fürchtet, dass deutsches Geld vor allem dann fließen wird. Aber in der Grundlinie, also in der Linie einer Vertiefung der EU und auch in einer Wertschätzung der Bedeutung dieses Staatenbundes in einer unsicherer werdenden Welt, da sind sich Merkel und Macron einig. Und das könnte jetzt in der Tat durch eine nationalistische italienische Politik torpediert werden. Wir reden hier über die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU. Ja, immerhin, immerhin. Wir müssen aber trotzdem noch über etwas anderes reden, nämlich über uns selbst und über unsere Innenpolitik. BAMF, sag ich da nur. Und die Anerkennungsverfahren in Sachen Asyl. Da ist einiges anscheinend nicht so ganz gelaufen, wie es der Gesetzgeber vor schreibt. Und diese Affäre, die da in Bremen abgelaufen ist und wahrscheinlich nicht nur in Bremen, scheint jetzt Berlin erreicht zu haben oder wie ist es in der Hauptstadt? Ja, das wird heute ein großes Gesprächsthema sein. Horst Seehofer hat sich ja jetzt in einem Interview dahingehend geäußert, dass er sagt, er wird in dieser Woche Vorschläge machen personeller Natur und organisatorischer Natur, wie man diesen Mischstand beheben kann. Das heißt, Seehofer hat offensichtlich verstanden, dass es da auch um seine eigene Glaubwürdigkeit geht. Und diese Affäre, die in Bremen begann und die sich jetzt immer mehr ausweitet, die ist aus meiner Sicht, die hat ein gefährliches Potenzial, weil sie im Grunde das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat bestätigt. Und das ist sowieso schon ein Prozess, der erodiert ist seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und Affären wie diese legen da einfach die Axt an das Vertrauen in den Rechtsstaat. Ja, und der Oberaufklärer ist jetzt selbsternannt Herr Seehofer als Innenminister. Aber eigentlich ist das alles passiert während einer Zeit, in der Thomas de Maizière Innenminister war. Wie wird das gerade in Berlin diskutiert unter den Hauptstadtjournalisten? Richtig. Na ja, de Maizière scheint im Moment, zumindest das ist die offizielle Aussage, außen vor zu sein. Der Staatssekretär im Innenministerium hat gesagt, die damalige Hausleitung wusste nichts von den Vorgängen, die in Bremen passiert sind. Aber das ist am Anfang solcher Affären oft so. Und dann kommen im Laufe der nächsten Tage oder Wochen vielleicht noch Informationen, die dieses Bild ein bisschen anders zeichnen. Also da muss man im Moment noch aufpassen. Das heißt, Sie rechnen damit, dass das nicht ganz stimmt, oder? Ich muss im Moment erstmal nehmen, was gesagt wird. Und es gibt sozusagen Gründe, die für beide sprechen. Okay, das lassen wir mal so stehen, was immer das dann bedeutet und wozu es führt. Wozu es führt, das ist eine Frage, die ich Ihnen zum Schluss noch stellen möchte. Und zwar schauen wir in die USA und schauen gleichzeitig auch in den Iran. Und auf das, was dort ansteht derzeit, nämlich diese Aufkündigung des Atomvertrags zwischen den USA und Iran und Europa. Und der Rest der Welt macht nicht mit. Wohin führt das Ganze jetzt, wo es nochmal verschärft wird? Ja, das kann tatsächlich ins Chaos führen. Es geht um einen Konfliktherd, den wir vor der eigenen Haustür haben. Wir haben ja gerade über die Unsicherheit in Europa geredet. Und wir könnten vor einem nuklearen Wettrüsten in Nahost stehen. Das ist dann sozusagen eine neue Situation. Im Kalten Krieg standen sich ja zwei relativ stabile Blöcke gegenüber. Und da hätten wir dann im Grunde mehrere Staaten, die versuchen, die Waffe zu bekommen und die auch jeweils instabil sind. Das heißt, was da passiert, ist hochgefährlich. Und umso mehr muss jetzt die EU gemeinsam mit Russland und China in dem Fall da zu einer geschlossenen Position finden gegen die USA. Also das bedeutet schon, wie verrückt die Verhältnisse im Moment sind, die wir diskutieren. Das heißt, Sie rechnen damit nicht, nicht damit, dass es eine schnelle Einigung gibt in einer Position? Nee, ich glaube, dass wir jetzt vor einem langen Prozess stehen. Die USA haben ja durch die Rede von Pompeo da eine lange Wunschliste aufgemacht, was sie sich alles wünschen würden, was der Iran unterschreiben soll. Das ist aus meiner Sicht erst mal illusorisch. Das wird so nicht kommen. Das heißt, man steht am Anfang eines Pokers, der wirklich hochgefährlich ist und der wirklich auch schief gehen kann. Ulrich Schulte, ich danke Ihnen sehr herzlich nach Berlin für Ihre Informationen aus der Hauptstadt. Gerne.